Ich mache niemals Kompromisse bei der Qualität. Ich forsche jeden Tag bis ins kleinste Detail, um die Haltung der Fische noch einfacher, noch erlebbarer und vor allem fischgerechter zu machen. Das war damals schon die Vision unseres Gründers Dr. Ulrich Bench, die ich auch heute noch Tag für Tag gemeinsam mit meinem Team lebe. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu dürfen und das schon seit über 33 Jahren. Die Aquaristik wurde in den letzten Jahrzehnten von Tetra immer und immer wieder revolutioniert und damit auf ein noch höheres Level gebracht. Mit unserer einzigartigen Biofarm haben wir es geschafft, Bakterien massenhaft zu vermehren und zu züchten und genau diese Bakterien schaffen sofort einen gesunden Lebensraum für unsere Lieblinge im Aquarium. Wir züchten unendlich viele dieser Bakterien und diese werden vor jeder Abfüllung von unseren Experten auf ihre Qualität hin überprüft. Nur so können wir die höchste Qualität, die die Kunden von uns kennen, garantieren. Made in Germany. Auch unser Gelfood ist einzigartig, denn damit haben wir weltweit das erste Feuchtfutter erfolgreich etabliert. Hierfür haben wir ein innovatives Herstellungsverfahren entwickelt und es über die Jahre immer weiter perfektioniert. Unsere Gelfutterproduktion zeichnet sich durch höchste Qualität aus. Bei der Auswahl hochwertigster Rohstoffe bis hin zur effizienter Verarbeitung erfüllen wir höchste Standards, vergleichbar mit der Lebensmittelbranche. Diese hohen Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, werden wir in Zukunft übertreffen. Ich blicke immer nur nach vorne, denn unser Ziel ist es, Aquaristik für jeden erlebbar zu machen.